Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck hat sich in einem Brief an Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gewandt. Gemeinsam mit Christian Wittel von RT Aktiv und dem Vorsitzenden der Reutlinger Gastro-Initiative Uwe Grauer bittet er sie um Unterstützung. Denn die Mehrzahl der Gastronomen, Hoteliers, Händlern und Dienstleistern in Reutlingen habe die November- und Dezemberhilfen immer noch nicht in vollem Umfang erhalten. Sie würden außerdem beklagen, dass die staatlichen Hilfen nicht ausreichen würden, sie müssten auf zusätzliche Kredite und private Mittel zurückgreifen. Um ihre berufliche Existenz und auch die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Leben zu erhalten, seien sie nun auf Hilfe angewiesen.